Mein Name ist Joana von Schönfeld, bin 20 Jahre und komme aus Neust. Hoch- und Kurskalender kann man wünschen, kann man kaufen, kann man es aufhängen, wenn man es will. Ich würde es empfehlen, das aufzuhängen. Hoch- und Kurskalender, wenn man das finanzieren sehen möchte, sage ich mal so 19,95 Euro. Wenn man das gerne kaufen will, würde es uns beraten, viel Spaß beim Aufhängen und anschauen.